David Goggins ist ein amerikanischer Extremsportler und ehemaliger Navy SEAL. Er wurde am 17. Februar 1975 in Buffalo, New York geboren. Goggins ist bekannt für seine harte Arbeitsmoral und seinen unerschütterlichen Willen, sowohl im persönlichen als auch im sportlichen Bereich. Goggins hat eine beeindruckende Liste von Leistungen, darunter 100 Meilenlöffel, Ultramarathons und Gewichthebewettbewerbe. Er hat auch mehrere Weltrekorde aufgestellt, darunter den härtesten Ultramarathon, den er innerhalb eines Zeitraums von 48 Stunden absolvierte. Zusammenfassend ist David Goggins ein beispielhafter Athlet und inspirierender Mensch, der gezeigt hat, dass fast nichts unmöglich ist, wenn man den Willen hat, hart zu arbeiten und Herausforderungen zu meistern. Wenn sie jemals aufgeben, werden sie niemals erfolgreich sein. Ich glaube nicht an Grenzen. Ich denke, dass sie in unseren Köpfen existieren und dass wir sie überschreiten können, wenn wir es wirklich wollen. Der menschliche Geist ist unendlich viel stärker als jeder Körper. Wenn sie ihren Geist dazu bringen, hart zu arbeiten, können sie alles erreichen. Ich glaube, dass jeder eine immense mentale Stärke besitzt, aber die meisten Menschen nutzen nur einen Bruchteil davon. Schmerz ist nur temporär. Es ist eine mentale Barriere, die überwunden werden muss, um Erfolg zu haben. Ich denke, dass der größte Feind des Menschen nicht das Böse ist, sondern die Bequemlichkeit. Es ist nicht wichtig, was andere Leute von ihnen denken. Was zählt, ist, was sie von sich selbst denken. Wenn sie etwas wirklich wollen, müssen sie bereit sein, hart zu arbeiten und Opfer zu bringen. Sie müssen bereit sein, alles aufzugeben, um das zu bekommen, was sie wirklich wollen. Wenn sie nicht bereit sind, hart zu arbeiten, werden sie niemals erfolgreich sein. Sie müssen bereit sein, sich selbst herauszufordern, um zu wachsen und sich zu verbessern. Wenn sie nicht bereit sind, Fehler zu machen, werden sie niemals erfolgreich sein. Ich glaube nicht an Limits. Ich denke, dass Limits nur in unseren Köpfen existieren. Der einzige Weg, um wirklich erfolgreich zu sein, ist, hart zu arbeiten und niemals aufzugeben. Sie müssen bereit sein, härter zu arbeiten als jeder andere, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Wenn sie bereit sind, sich selbst herauszufordern, werden sie überrascht sein, was sie alles erreichen können. Erfolg ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis harter Arbeit, Durchhaltevermögen und Entschlossenheit. Sie müssen bereit sein, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen, um wirklich erfolgreich zu sein. Wenn sie wirklich erfolgreich sein wollen, müssen sie bereit sein, hart zu arbeiten und ihre Grenzen zu überschreiten. Ihre größte Stärke ist ihr Vermögen, aus ihren Fehlern zu lernen und daraus zu wachsen. Sie müssen bereit sein, dass sie wirklich erfolgreich sein können.